Willkommen zurück zu einer weiteren Folge Minecrafts Folge 424 und ja ich glaube das Holzfarm bleibt vorerst nicht verschont. Das heißt wir dürfen auf jeden Fall nochmal ran und weil so schön ist, fangen wir auch gerade mit dem größten Baum hier an. Ich meine wir haben ja in der letzten Folge schon bald einen kleinen gemacht, aber ja. Das ist ja auch eine gute Sache. Also wir müssen ja sowieso Holz ins Lager wieder schmeißen, dass wir was haben. Und wir müssen uns ja noch überlegen wie groß wir tatsächlich das Lager bauen noch da unten. Das weiß ich allerdings noch nicht, das muss ich mir selbst noch überlegen. Ups, das war knapp. Das war knapp, das war knapp, das war knapp. So, wie viel haben wir denn jetzt schon wieder von dem Baum? Ja, ein Stack 41 plus diesen einen, der hier liegt. Und diesen wunderschönen kleinen Baum, den nehmen wir auch noch mit. Den nehmen wir auch noch mit. Ach Mist. Ja, da müssen wir jetzt drauf pokern, dass wir... Ah, guck mal, wir sind da oben. Wir sind da oben. Ja, das ist irgendwie nervig so abzubauen. Da müsste man, glaube ich, irgendwie eine Art Wasserfahrstuhl oder sowas irgendwo neben am Berg haben. Dass man quasi auf die runterfliegen kann, weil das ist irgendwie ätzend. Und dann müssen wir uns auch mal was überlegen. So, hier werden jetzt erstmal noch die Blätter decayen müssen. Hier könnten wir schon mal hinsetzen, aber hier müssen wir erst decayen, so zweckst sehr klein. So, und dann gucken wir mal hier. Wir können auch mal gucken, die 19-Sticks können wir auch reinschmeißen. Was der hier sagt, oh, guck mal. Ja, gut, das ist, ja, Stapel in Anführungszeichen. Das ist ja... Der kommt ja trotzdem noch hinterher. Was hätten wir denn an Eisen? Oh ja, das ist eine gute Menge Eisen. Aber, die brauchen wir jetzt noch nicht in Hopper zu verarbeiten. Das ist ja, glaube ich, fast eher noch die Frage... Ob wir überhaupt noch so viel Hauptmann machen müssen. Doch, wir müssen es auf jeden Fall noch machen, aber nicht jetzt. Können aber mal hier. Jetzt haben wir keine Steine, um zuzubauen, ne? So, haben wir hier noch irgendwo Eisen, dann suchen wir uns das noch raus. Da kommen wir hier nicht dran. Ein bisschen Eisen im Boden versteckt irgendwo. Da ist es in der Wand versteckt. Dann habe ich jetzt keine Lust ins Laufen. Hier ist auch was. Hier auch noch. Hier ist auch noch was versteckt. Okay. Okay. So, ist jetzt so die Frage, wie wir wieder hochkommen. Ist nur noch die Frage, wie wir wieder hochkommen. Ich glaube, hier sind wir doch direkt. Allein, hier sind wir wieder hier. Ah, hier sind wir, okay. Okay, okay, okay. Dann können wir doch hier so zubauen. Und dann zwei. Und dann können wir, ah, guck mal, hier kommen wir da wieder raus. Können wir die doch auch gleich noch zum Einschmelzen tun. Ich sag gerade, da wäre eine Spinne. Dabei habe ich doch ausgeleuchtet. Äh, den speisen wir mal so da rein. Das wird da, oh, ist auch noch Eisen. Das nehmen wir natürlich mit. Ja, ein Stack haben wir schon voll. Das ist ja cool. Können wir wieder ein paar Eisen mitmachen. Äh, ein paar Eisen, ein paar Trichter. So, 39. Und dann können wir hier 49 hinmachen. Dann können wir da auch nochmal zwei beilegen. So, die Kisten, ja gut, das war klar, dass die voll sind. 60 und drei. Warte mal, schmeißen wir erst mal hier die da rein und die da können wir eigentlich auch gerade hier die 40 hier reinschmeißen. Genau, und der eine kommt da oben rein. Oh ja. Das braucht noch ein bisschen, bis das hier durch ist. Also, wir hätten dann noch zwei dafür. Genau, und das war's doch. Und hier noch drei Goldkloppen. Ja, 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 ja. Wo schmeißen wir die hin? Und dann schmeißen die, wir teilen die einfach auf gleich auf die zwei Öfen. Dann brennen die nämlich schneller durch. Was haben wir denn hier schönste an der Fackel? Die können wir gerade ins Inventar tun und hier vorne hinsetzen. So. Was wir nicht so alles haben. Was wir nicht so alles haben. Warte mal, hatten wir nicht Leinen hier unten. Ne, haben wir nicht. Aber wir haben das eine Boot hier unten. Können wir gerade... Upsala. Können wir gerade beide Boote da hin tun. Ja, das wird auf jeden Fall alles nochmal ordentlich sortiert. Nur nicht jetzt. Hier haben wir noch Öfen. Wir haben noch Kisten. Den haben wir auch noch gerade mit. Hier war ja nichts mit Kisten irgendwie drin, ne? Ne. Hier sind nur die für unten, für, 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 und für die Peacons. Hier ist es so dunkel. Wiss. Nehmen wir nochmal eine Fackel mit. Die leuchten wir jetzt aus. Da ist was gesporen. Das geht doch nicht. Hier irgendwo. Das ist was gesporen. So, warte mal. Hier können wir auch gerade die Komparatoren rein tun. Und die Ripidas haben wir nicht. Aber wir haben noch Trichter. Und wir haben noch Kisten. Und noch ein paar Baublöcke. Fackeln können wir eigentlich auch gerade hier wieder zurück tun. Dann sind sie da. Und dann können wir hier jetzt die Kisten für ein Dämpfer reinschmeißen. Gut. Das läuft vor sich hin. Und, äh, ja. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann lass noch eine positive Bewertung da. Oder ein Abo. Und bis dann. Ciao, Leute.